Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Kennst du diese Momente, in denen du denkst, das gibt's doch nicht, was wäre mir das passiert? Zum Beispiel bei einem Flugzeugabsturz. Und ich habe das tatsächlich so erlebt, als ich von den Fiji-Inseln mit einem kleinen Flugzeug auf eine weitere Insel weitergeflogen bin. Es kam mir in diesem Moment schon alles sehr suspekt vor, so laut wie die Maschine schepperte. Und ja, als ich nach einer Woche zurückfliegen wollte, erfuhr ich, dass diese Maschine abgestürzt war. Als das Flugzeug der Crosair von Berlin nach Zürich zurückfliegen wollte und abstürzte, war ich die Flugbegleiterin, die tags darauf die Strecke nach Berlin zurückfliegen musste. Wäre ich einen Tag zuvor auf dieser Strecke eingeteilt gewesen, wäre ich mit an Bord gewesen. Vielleicht ergeht es dir gerade heute so, dass du denkst, das macht doch keinen Sinn, wieso läuft mein Leben gerade so? Und wenn du ehrlich bist, fällt es dir schwer, Gott zu vertrauen, weil das, was in deinem Leben gerade passiert, einfach nicht das ist, was du dir gewünscht hättest. Jesus antwortete ihm, das verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es verstehen. Das ist so ein wichtiger Vers, so ein wichtiger Vers. Ob wir eine unerwartete Rechnung erhalten, für die Gott jetzt schon eine unerwartete Lösung hat, später wirst du es verstehen, während du ein Wunder erlebst. Oder während dein Kind gerade auf Abwägen ist. Später wirst du es verstehen, vielleicht weil Gott ihm gerade dort mächtig begegnen wird. Oder tatsächlich auch etwas Schmerzhaftes, wie die Trennung von deiner vermeintlich großen Liebe. Später wirst du es verstehen, weil Gott die perfekte Liebe für dich vorbereitet hat. Gott sein ganzes Vertrauen geben bedeutet, weiterleben auch ohne alles gleich zu verstehen. Wollen wir gemeinsam dafür beten? Vater, hilf mir, es zu akzeptieren, wenn du Nein zu etwas sagst. Denn ich weiß ja, dass du es gut mit mir meinst und jeden Tag meines Lebens in Liebe vorbereitet hast. Amen. Danke für dich. Ein Wunder für jeden Tag lebt von Wundern an jeden Tag. Vielen Dank, dass du uns mit Gebet und Finanzen so treu unterstützt. Wir sind Teil des Ministries Jesus.net und freuen uns über deine Unterstützung. ! Danke! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.